Hallo zusammen, ich bin Can, ich bin im dritten Lehrjahr als Strasse-Transport-Fachmann bei Havi und möchte euch heute meinen Alltag näher bringen. Als Strasse-Transport-Fachmann muss man Fahrfreude, Selbstständigkeit und ein grosses Verantwortungsbewusstsein haben. Wenn ich Havi drei Wörter beschreiben würde, wären die unkompliziert, effizient und teamfreundlich. Im Alltag als Strasse-Transport-Fachmann melden wir meistens am Morgen den Lastwagen beladen und eine Rundumkontrolle machen, ausliefern, zurückkommen und wieder anbeladen. Wenn in der Lehre sind wir meistens zweit unterwegs, bis wir den Ausweis haben für den Lastwagen, dann sind sie nur noch selten dabei. In der Lehre als Strasse-Transport-Fachmann wird mir sehr viel Verantwortung geben, vor allem wenn wir fahren. Das Team hat mich sehr gut aufgenommen, sie haben mir viel gezeigt und sie sind generell gut zu mir gewesen. Ich habe die Lehre in Havi angefangen, weil beim Schnuppern alle sehr freundlich und sympathisch sind und mich überzeugt habe, dass sie den richtigen Platz ist. Ich hoffe, dass ich dir heute zeigen konnte, hat dir gefallen. Wenn ja, schickt doch uns eine Bewerbung, wir würden uns darüber freuen, Havi. Ich habe die Lehre in Havi.